Hallo YouTube! In dem letzten Video, zurück in die Zukunft, haben wir diese seltsame Inverse Matrix aufgestellt. Und mit der Inverse Matrix und einem Vektor konnten wir relativ einfach den vorherigen Vektor ausrechnen. Wie haben wir diese Inverse Matrix aufgestellt? Für 2x2 Matrixen ist das ziemlich einfach, eine Inverse Matrix aufzustellen. Und zwar nach folgendem Schema. Wir haben irgendwelche Elemente, zum Beispiel a, b, c, d. Und um dann eine Inverse Matrix davon aufzustellen, müssen wir einfach nur die Elemente oben links und unten rechts austauschen. Das heißt d, a. Und die anderen beiden Elemente machen wir negativ. Das heißt minus b, minus c. Das heißt einmal diese beiden Elemente austauschen und diese beiden Elemente negativ machen. Dann haben wir eine Inverse Matrix noch nicht ganz. Denn was bei jeder Inverse Matrix ist, sogar bei denen, die ich euch später zeigen werde, ist folgende Sache muss noch davor. Davor hatten wir eine seltsame Zahl gepackt, eine magische Zahl. Und was war diese Zahl? Die Zahl war die sogenannte Determinante von der Matrix. Also in diesem Fall von a. Und diese Determinante ist relativ schwierig herauszufinden. Ich werde dazu nochmal ein ganzes Video machen. Die Determinante ist oben links mal unten rechts, meine Güte, minus unten links mal oben rechts. Das heißt minus c mal oder b mal c. a mal d minus b mal c. Und wenn wir uns das anschauen, ist die Determinante von unserer Inverse Matrix genau das gleiche. Da haben wir nämlich d mal a minus und dann minus b mal minus c. Das ist eine Eigenschaft von, äh, ups, da sollte ein c hin. Eine Eigenschaft von Inversen Matrizen, dass ihre Determinante gleich bleibt. Jedoch nur von der Matrix selber. Die Inverse Matrix ist eigentlich, um es genau zu fassen, auch der Vorteil hier. Also insofern müsste man theoretisch sagen, da wir beim zweiten Mal durch die Determinante von a teilen, müssten wir sagen, dass die Determinante von a, die Determinante von a hoch minus 1 hoch minus 1 ist. Und das wird aber schnell kompliziert, auch allein schon beim Aussprechen. Und deswegen lassen wir diese kleinen Zusatzinformationen einfach mal weg und schauen uns wirklich nur die hintere Matrix an. Von der hinteren Matrix stimmt es dann, dass die Determinante der hinteren Matrix gleich ist wie die, äh, Determinante von unserer Original Matrix. Jetzt gibt es aber ein kleines Problem. Und zwar, ähm, wird das Ganze bei einer 3-Kreuse-3-Matrix ganz schnell, äh, ganz schwer. Wir stellen uns einmal eine Matrix vor, die wir hier mit, äh, verschiedenen Buchstaben beschriften. Und diese Matrix wollen wir jetzt invertieren. Und das geht nicht, indem man einfach irgendwie zwei Glieder austauscht oder so und zwei umdreht. Denn hier gibt es verdammt viele Glieder. Das heißt, innerhalb dieser Matrix, dieser 3-Kreuz-3-Matrix, arbeitet man selber schon mit Determinanten. Was wir im Endeffekt machen, ist, wir spiegeln unsere Matrix an einer mittleren Spiegelachse. Aber anstatt die einzelnen Elemente zu wiederholen, nehmen wir nur neue Elemente, A, E, I, das sind die gleichen. Jedoch tauschen wir hier F, H aus, B und D tauschen wir hier aus und C und G. Und diese neuen Werte hier sind jeweils die Determinanten der Reihen und Spalten, die nicht getroffen wurden. Das heißt, hier vorne ist A in der ersten Reihe und ersten Spalte. Und dieser untere rechte Teil ist der Teil, der von A nicht getroffen wurde. Das heißt, die Determinante von diesem unteren rechten Teil wäre jetzt unser neues A. Von D, ist in der ersten Reihe und zweiten Spalte, wäre es theoretisch die Determinante von dem und dem Teil hier oben. Das heißt, man müsste sich das ein bisschen, äh, es wird schon ein bisschen schwieriger. Das heißt, es wird hier schwieriger, viel schwieriger. Und deswegen werde ich zuerst einmal ein Video über Determinanten machen, damit wir mit dem Thema uns ein bisschen mehr auskennen. Bevor wir uns vielleicht wieder an dieses Thema hier heranwagen. Das heißt, Inverse-Matrizen für 2x2-Matrixen sind wunderschön, ziemlich einfach. Man muss zwei Teile austauschen, zwei Teile negativ machen, dann noch diese seltsame Determinante hier bestimmen, die auch ganz einfach ist, oben links mal unten rechts, minus unten links mal oben rechts. Ganz einfach. A, D, minus B, C. Jedoch, umso mehr Determinanten wir brauchen, umso schwieriger wird das Ganze. Und deswegen werden wir uns im nächsten Video, oder werden wir uns in diesem Video nicht mit der 3-Käuze, 3-Inverse-Matrix beschäftigen, sondern erst einmal kurz springen zu den Determinanten. Bis dahin, viel Spaß. Bis dahin, viel Spaß.